Hallihallo und herzlich willkommen zurück und weiter geht es hier in unserem Abenteuer bei breath edge und wir haben jetzt einen neuen beschleuniger man merkt schon ja okay der ist nett da sind wir gut unterwegs nicht schlecht mal gucken wie schnell er wieder auflädt da freue ich mich allerdings sind die dinger jetzt hier ziemlich leer die müssen wir auf dem nächsten rückflug auf jeden fall bestücken mit sauerstoff achso wir haben natürlich jetzt gar nicht so viel verballert ja alles klar geil gefällt mir sehr jetzt geht es gleich wieder in die kälte einen sauerstoffgenerator würde ich gerne da hinten irgendwie noch oh gott jetzt müssen wir ein bisschen hier um die kurve gehen hilft nicht ich müsste aber noch mal kurz was tanken da hilft nicht einmal kurz was tanken bitte oh Mist 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 ich weiß ich weiß ich weiß wir müssen da jetzt kurz hin komm 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 schaffen wir und los geht's weiter raus aus der Gefrierzone es geht zurück es geht zurück es geht zurück ja es geht zurück sehr schön so die frage ist jetzt eigentlich auch können wir nicht mal fix hier noch ein abstecher machen Richtung glas das war doch da unten dass wir vielleicht noch ein bisschen glas einsammeln ach ne geht ja gar nicht wir haben ja das Gepäck voll Mist da war ja was ja blöd schaffen wir es vielleicht mit unserer Beschleunigung jetzt zurück könnte das vielleicht funktionieren das Problem ist nach wie vor wir haben hier kein Bett wir haben so viel zu entdecken hier ne da vorne glaube ich war glas oder ein Stückchen weiter vorne bin mir gerade nicht ganz sicher das schaffen wir nicht ne ich habe keine Sauerstoffflasche mit bei übrigens komm wir nehmen den sonst wird es zu eng komm 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 ich darf kein Leben verlieren ich darf kein Leben verlieren Leute uuuhh reicht das noch ist auch alles ziemlich alles leer ne so müssen wir unbedingt auffüllen ok hätte ich gar nicht so weit auffüllen brauchen das war schon wieder total doof dann kann ich aber wirklich nochmal kurz hier rein warte mal war hier nicht irgendwo glas wo war denn das hier war wohl doch nicht hier ne wo war denn das das ist ja jetzt doof oder war das da da vorne ist auch noch glas da müssen wir da vielleicht hin müssen wir mal schauen also irgendwo war doch hier glas jetzt müssen wir erstmal schleunigst nach hause das war jetzt gar keine gute idee die ich was ich hier gemacht habe nach hause ist auch gut nach hause ist auch gut ähm wir haben keine koffer hier so ist das jetzt eben macht nix ähm so den beschleuniger haben wir schon mal gebaut was das da keine ahnung was das ist keine ahnung was das ist da müssen wir auf jeden fall das ist das das ist das das ist das das ist das 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 ist das das ist das das ich glaube keine sortierung was es ein bisschen nervig ist da Das ist natürlich richtig blöd, weil das schief ist. So, dann haben wir das alles dort. Blei, äh, keine Ahnung. Was? Oh Gott, habe mich gerade ein bisschen erschrocken. Ähm, okay, lass uns mal schauen, was wir bauen können. So, hierfür brauchen wir Aluminium und das Glas. Okay, das heißt, wir müssen jetzt erstmal losziehen und Glas organisieren. Plastik ist kein Problem. Farbe haben wir, glaube ich, nicht viermal, ne? Wir haben dreimal Farbe, das ist ja ungünstig. Hm, das heißt, wir müssen einmal zu der anderen Station. Wir haben noch hier eine Sauerstoffstation. Hier haben wir auch eine Sauerstoffstation. So, das heißt, der ganze Schnulli kann hier schon mal rein. So. Da kann erstmal nichts mehr rein. Wir haben sehr viel Zeug. Und gar keine Sorterung. Können natürlich jetzt nochmal zurück und die ganzen Koffer holen. Ich habe aber gar keinen Bock. So, was ist denn das hier? Weiß ich nicht. Ich hatte doch ein Reparaturwerkzeug gebaut. Handlicher Schar, aber den brauchen wir. Das sind die ganzen Sauerstoffkerzen. Und so weiter. Da haben wir die Gerätschaften. Einen Greifer. Nochmal einen handlichen Scharber. Reparaturwerkzeug. Was mache ich damit? Den brauchen wir auch. Und einen Scanner brauchen wir natürlich auch. So. Heißt, was will sie schon wieder? Ich sehe Sarke mit Armen, Beinen und Blaster vorbeifliegen. So, dann machen wir die Dinger nämlich. Müssen wir mal gucken, dass wir die chronologisch irgendwo hinpacken. Was benötigen wir für einen Sauerstoffgenerator? Das ist auch nochmal interessant zu wissen. Sauerstoffstationen. Dann bräuchten wir ja das Ding hier. Batterie, veredeltes Metall und Plastik. Das ist ja gar kein Problem. Ich habe nur kein... Batterie, veredeltes Metall und Plastik. Warte mal. Haben wir denn noch... Ähm... Ja. Gucken, wie viel wir davon jetzt bauen können. Zack. Dann haben wir schon mal zwei von den Dingern. Was ich ganz gut finde. Die klatsche ich aber... Erstmal hier so hin. Weil... Weil... So, ich sehe hier gar nicht durch übrigens. Aber was soll's, ne? Dann packen wir den ganzen Schnulli da wieder rein. Dann haben wir hier noch ein bisschen was zu futtern. Zu trinken. Jetzt essen wir noch einen Happen. So. Packen das Zeug hier irgendwie runter. Haben wir einen Scanner? Haben wir das Ding? Ich weiß nicht, wo der andere Scanner ist. Ich habe keine Ahnung. Hier war noch nur irgendwo einer. Wo ist denn der andere Scanner? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch einen... Was war denn das gerade? Was ist der Flasche? Was ist die da unten irgendwo? Naja, ähm... Wir müssen Glas organisieren. Ich weiß nicht, wo der andere Scanner ist. Oder war einer definitiv... Wir hatten doch drei Scanner, oder nicht? Ha. Kann ich mir hier einen Koffer bauen? Veredeltes Metall. Ja, das ist ja wohl das kleinste Problem, oder? Warte. Zwei, vier, sechs... Zwei Dinger sind ein veredeltes Metall, hoffe ich. Mal gucken. Oh nein. Das klappt wohl nicht so. Wir brauchen vier von denen. So, dann haben wir aber nicht. Hier haben wir auch kein Metall mehr. Hier sind nur Sauerstoffkerzen am Start. Hier ist noch ein bisschen Fressalien. Da haben wir noch diesen ganzen Schnurri. Hier ist noch ein bisschen veredeltes Metall. So, ich würde gerne einen Koffer bauen. Also das wäre ganz cool. Warte, wir haben zwei veredeltes Metall. Dann machen wir noch zwei. So, und dann bauen wir einen Koffer. Hallo? Ja. So, und in diesen Koffer packe ich... Packe ich Dinge? Ah, perfekt. So, das heißt... Ich nehme jetzt hier mal ein bisschen Schnullifatz hoch. Inventar ist voll, okay. Das heißt, da packen wir jetzt mal... Ich habe das schon wieder rausgeworfen. Ich bin so ein Horst. Wir packen das jetzt mal so rein. So. Das auf. Die nehmen wir jetzt nicht mit. Die beiden würde ich gerne irgendwo installieren. Können wir aber auch später machen. Eigentlich ist das eine Idee, indem wir das später machen. Weil ich mich sowieso erst mal orientieren muss. Hier noch das ganze Essen und so. Muss ich noch irgendwo was rumliegen? Würde mich jetzt nicht wundern. Nee, alles gut. Okay. So, das heißt, das hier nehme ich noch mit rüber. Was ist denn das hier? Dieser Baukasten ist ja voll... Dann kommen nämlich hier die ganzen Ressourcen rein. Und solche Sachen können eigentlich auch draußen liegen. Die brauche ich jetzt gar nicht. Wieso habe ich das überhaupt hier drinnen? Das nehme ich nochmal mit raus. Packe stattdessen das da rein. So. Das reicht nicht. Okay. Ach so, der Scanner muss auch zurück. Und das muss da rein. Okay. So. Okay. Dann Ordnung muss sein. So ein bisschen zumindest. Die installieren wir später. Das packen wir rüber. Das packen wir rüber. Das auch. Dann machen wir den ganzen Schnodder da rein. Den Scanner nehmen wir mit. Wir haben drei Scanner tatsächlich. Ich nehme mal den Fünfer und den Fünfer mit. Den Achter lassen wir erstmal hier. Das Ding kann hier bleiben. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Handlicher Schaber brauchen wir jetzt auch nicht alle. Reparaturwerkzeug. Bohrer. Okay. Den Bohrer brauchen wir, um Alcali abzubauen. Richtig. So. Also erstmal der handliche Schaber bitte auf die 1. Dann nehmen wir den Bohrer auf die 2. Den Scanner auf die 3. Und vielleicht noch ein Reparaturwerkzeug hier hin. Dann nehmen wir das Wasser wieder raus. Wasser rein. Okay. Das kann da bleiben. Gut. So. Okay. Wir haben hier kein Bett und das ist voll doof. Babe, wenn ich deinen genauen Standort kenne, kann ich dir irgendwie helfen. Ja. Kannst du aber nicht, weil du nicht weißt, wo ich bin. Jetzt versuchen wir an Glas zu kommen. Das ist wichtig. Ich speichere das Ganze nochmal. Und ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Aber ich glaube, wir brauchten irgendwie einen Greifer. Wir brauchen doch einen Greifer für Glas, ne? Machen wir das mal so. Okay. Let's fit's. Wo war das? Das muss da drüben irgendwo gewesen sein. War das da unten? Hatte ich nicht irgendwo auch eine Lampe? Wo ist denn dieses Glas? Verdammt nochmal eins. Das war doch hier irgendwo. Oder was? Hier? Ach, hier. Gegebenenfalls. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich weiß jetzt gerade wirklich nicht, wo ich das Glas finde, ne? Hier ist nichts mehr. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr, wo Glas ist. Wir versuchen mal die andere Seite kurz. Ich habe echt keinen Plan gerade, ne? Wir sind doch von hier gekommen. Und hier, wo wir jetzt gerade waren, das ist doch das Ding, wo wir das Glas geholt haben. What the hell? Und wieso geht es hier nicht weiter? Hallo? Ladebildschirm, bitte. Bin ich jetzt für immer tot? Ich habe das Gefühl, als wäre mein Spiel gerade nicht mehr möchte. Achtung. You are here. That means death. Lade. So, lass uns mal gucken. Ach, es irritiert mich gerade ein bisschen. Es irritiert mich gerade ein bisschen. Und es irritiert mich auch gerade ein bisschen, warum... Dass hier gerade so rumzitert. Ich mache mal kurz Pause. Das dauert dann ungefähr eine Sekunde bei euch. So, da bin ich wieder. Das war irgendwie gerade ein bisschen... ...mystery. Okay. Wir werden jetzt noch mal kurz die andere Seite abflattern. Und zwar hier. Ach, hier Strahlung. Deswegen brauche ich nämlich das Strahlungsding. Ach, Mist. Wie kann denn das sein? Okay. Okay. Das war definitiv hier. Hier ist nichts mehr. Hier ist kein Glas mehr. Okay. Ganz komische Geschichte. Ah, hier war das drinnen, ne? Hier war ich drinnen. Dann kam ich irgendwie von hier. Aber hier ist kein Glas mehr. Oder? Nee. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ähm... Wo wir das herkriegen. Wir werden jetzt mal diese ganzen Dinge in unserer Nähe am besten absuchen. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt unsere Glasspülter herkriegen sollen. Es wäre schön, das zu wissen, aber ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, als wenn wir das jetzt auch wieder nicht schaffen und ich nochmal laden muss. Es wird eng. Es wird eng. Oh nein, 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 nein. Bitte nicht. Nein, nein, nein. Komm. Das Doofe ist nämlich wirklich, dass wir hier keinen... Keinen... Na, Sachschnell... ...Sauerstoffballon haben. So, ähm... Okay. Dann lasst uns einfach die näheren Sachen einmal anschauen. So, was haben wir hier? Hier hatten wir ja schon soweit alles weggeguckt. Glaube ich, das hier zumindest. Hatte ich mir da alles schon angeguckt? Zum Beispiel hier. Achso, dann muss ich den nehmen. Nee, ich glaube nicht, dass ich den jetzt schon verbraten möchte dafür. Keine gute Idee, weil ich denke, das brauche ich für Alkali. Aber hier sowas könnte ich kaputt machen. Vielleicht ist da irgendwo Glas drin. Ich habe jetzt wieder tausend Sachen nicht gegriffen, was mich voll ärgert. Naja. Was ist das hier? Oh, was? Okay. Warte, ich flatter schnell zurück. Gucken wir mal, was wir im Gepäck haben. Boah, da gehen wir mal auf Luthu. Vielleicht finden wir also auch noch Glas. Mal schauen. Und ich brauche nochmal einen neuen Bohrer. Dann können wir auch hier das Harzzeug einmal holen. Was brauche ich dafür? Batterie, dickes Isolierband. Das sollten wir hinkriegen, das ist kein Problem. Was ist denn das hier? Oh! What? Cool. Okay. Aluminium, Batterie, dickes Isolierband. Aluminium, hallo? Aluminium, da. Ich weiß nicht, wie viel. Wir bauen jetzt auf jeden Fall erstmal dieses Ding ins Bohrmüns. Das hier. Den magnetischen Hauptschlüssel. Dann machen wir uns noch einen Bohrer. Batterie, dickes Isolierband. So. Okay. Dann haben wir noch einen Bohrer im Gepäck. Aber jetzt schlage ich vor, wir werden mal so einen Sarg machen. Wo muss ich eigentlich hin für dieses Reparaturwerkzeug? Ich weiß, irgendwo war etwas, wo ich was reparieren musste. Aber ich weiß nicht mehr, wo. Ich speichere nochmal kurz. Das war eine doofe Idee, weil wir kaum noch Leben haben. Aber was soll's. So. Immer da runter zu den... Zu den Särgen. Wo ist denn der... Der Sarg, der hier vorhin rumgeflattert ist? Fragezeichen? War der da oben? Hä? Hier verschwinden Dinge. Auf jeden Fall verschwinden hier Dinge. Das ist ja super. Strahlung. Oh Gott, wir müssen wieder runter. Okay, wo sind die Särge? Ich hatte vorhin noch welche hier. Und jetzt sind die wieder weg. Das ist doch kacke. Das waren ja auch mehrere Särge. Das war ja nicht nur einer. Wo sind die denn? Hä? Was doof ist, ich kann ja auch gar nicht so weit da hin. Aber hier war doch irgendwas. Ich fährt mal da um die Ecke. Kann ich auch nichts machen? Greifer benötigt. Warte mal. Was ist das? Ach, das Harz. Brauchen wir wahrscheinlich auch noch. So, äh, das ist ja jetzt ungünstig. Okay, dann gehen wir erstmal kurz dahin. Dann muss ich mal, ich werde mal da ganz hoch. Mal gucken, was da ist. Oder nochmal da drüben rein. Da, 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 da. Da können wir auch nochmal schnell rein. Vielleicht ist da noch was gewesen. Das machen wir jetzt mal. Und dafür brauchst du ja magnetischen Schlüssel. Und ich weiß nicht, wo der Sarg hin ist. Verdammte Kiste. Oh, das ist ja echt nicht schön, ne? Wenn du hier Sachen verlierst. Ja, hier komme ich nicht weiter. Ich brauche für den Helm Glas. So. Nummer eins. Ich finde kein Glas. Nummer eins. Ja, ich gehe erstmal runter. Also hier oben müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Frage ist wirklich, wo kriege ich Glas her, ne? Ich finde es nicht wieder. Und das war hier in dem Areal. Na gut, aber das werden wir wahrscheinlich nicht jetzt herausfinden. Guck mal, hier ist noch was Neues aufgegangen. Vielleicht sollten wir da hinten irgendwie in die Richtung. Die Frage ist also, in die Richtung können wir nicht, weil da zu viel Strahlung ist. Ach, da hinten können wir auch nicht hin, weil da zu viel Strahlung ist. Wir müssen den Helm bauen. Und den Helm kriegen wir nur, wenn wir Glas haben. Und ich habe kein Glas. Was haben wir hier jetzt? Kraftstoff. Kraftstoff können wir jetzt bauen. Das ist doch schon mal was. Wo bekomme ich Glas her? Was ist das denn? Pflanzgefäß. Das sind also in Summe die Sachen, die ich bauen kann, oder? Farbe brauchen wir übrigens auch noch. Also Glas und Farbe. Ich schreibe mir das schon mal auf fürs nächste Mal. Glas. Farbe. Ganz wichtig. Dann müssen wir noch mal gucken, wo wir das herkriegen. Weil ich verstehe es nicht. Dann muss ich mir die alte Folge noch mal anschauen und mal gucken, wo ich das da gefunden habe. Es ist ja sehr, sehr höchst mysteriös. Was? Ah, das können wir also alles bauen. Das ist sehr interessant. Aufgaben. Ich öffne ein paar Säge. Ich habe noch nicht mal einen Sarg geöffnet. Oh. Ohne Witz. Das ist nicht einfach. So. Okay, aber weiter geht es dann in der nächsten Folge. Es freut mich, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis bald. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.